Wir haben keine Blätter mehr. Scheiße. So wie immer. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Wir gehen erstmal tauchen. Ja gut, das könnte man auch mal machen. Weil weiterfahren würde uns ja neues Zeug bringen. Richtig. Wenn wir tauchen gehen legen wir uns mit Hansi an. Hansi kommt. Hat er schon geklappert? Ja. Jetzt müssen wir noch mal einen neuen Speer bauen. Aber der wird glaube ich nicht, weil wir kein Holz mehr haben. Wie lange hält deiner noch? Ich habe keinen mehr. Das ist ja das Problem. Deswegen hätte ich ja gesagt, wir fahren einfach mal zur nächsten Insel. Das wird nicht die letzte sein. Das ist richtig. Ja dann Abfahrt. Dann drehen wir mal. Machen wir das Segel einfach auf. Dreh da ein bisschen nach da. Dann wir hier wieder die Insel rein knallen und dann sie da drehen. Oh. Hansi kommt. Ja dann. Geh weg. Mit der Hammer bringt die da nicht viel. Ne? Nein, das bringt nur ne Waffe was. 15% Gesundheit hat das Ding noch. Ich hab nicht mal ein Holz. Hab ich nicht. Ja hab ich ja gesagt, ich hab nicht mal eins. Hab kein Holz. Alter ein Bolzen. Da vorne kommt der was. Alter. Der wird dann erstmal so 3-4 Anbauflächen bauen wollen. Von den großen Dingern. Dach wir nach die weiß. sei baum. irgendwie fahren wir nicht zur seite dass wir an dem stein vorbei kommen das sieht jetzt so leer aus die vorwärtsbewegung übergehen sehr geil vollende gescheuert bekommen ach man kann davon dreimal essen ja der fisch ist aber schon halb kaputt ne ist er nicht der ist er noch voll lebt der noch? ja klar alter was? drück mal die taste links neben der 1 da hat er recht wo er recht hat ne du musst das vor uns nicht holen doch sonst holst du das das holt das netz schrott dann muss man hier mal Wasser flöten gehen dann können wir ja klein mal Asser löten gab es nicht ne vogelscheuche? ja die hab ich schon irgendwo gesehen die schurgelfeuche alter die kirchtalette ist ja ganz einfach zu bauen ja das ist Deko aber die brauchen wir jetzt noch nicht bauen weil wir die eh irgendwo ranhängen müssen und das können wir nicht ups weil wir nichts haben wo wir die ranhängen können keine wand oder so auf unserem raft raft oh das war zu weh so dann geh ich mich einmal entleeren okay so ey er knabbert schon wieder ich hab immer noch nix ja aber bau mal jetzt erstmal nicht zu sehr in die breite sondern eher in die länge weil besser und so ja jetzt haben wir hier schon zwei mösen alter zwei mösen ja ja ich glaub der würdest grad schon wieder knabbern na ja das macht er denn eigentlich nicht ich hab's in seinem blick gesehen guck den fisch ja na ja da war schon wieder an ihn knabbert mhm mhm nach hier er hat vorbei geschnöpft warum ziehen wir jetzt eigentlich hier in der linie wo wo kam er nicht geradeaus oder was Schau, schau. schnapp ne schulfeuche das wird gleich einmal umgebaut hier ist ein nest oder dem ist die vogel scheuchen will sie den vogel ärgern da muss ja keiner wissen was kann man denn hier noch erforschen nichts kann man hier erforschen schnapp macht der hei der hei macht schnapp noch ein seil aua also hier noch was anderes ist Oh, guck mal, über uns. Warum braucht man eigentlich Seil für einen angespitzten Stock? Kann mir das jemand erklären? Nein, nicht den Stock wegwerfen. Ein Paket. Ey, der beißt. Ja, der kann sich erleben. Ich mach's jetzt. Ich geh aufs Ganze. Wann machst du? Ich brauche einmal sechs Planken. Ich rauche sechs Planken. Hast du genug? Nein, ich hab zwei. Darf ich die auch aufsammeln? Ich darf die nicht aufsammeln. Die darf ich wieder nicht aufsammeln, sag mal. Was ist denn das? Hä, wieder nicht. Hä? 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 Nimm dir die hier. Ey, kratsch ey. Jetzt haben wir einen schönen Knüppel hier. Ein Schwimmknüppel. Ein Schwimmknüppel. Was für ein Ding? Was? Einen schönen Knüppel hab ich gesagt. Was ist denn das für ein Knüppel? Was ist denn das für ein Knüppel? Guck doch mal. Ne, ne. Klobetakt. Und dafür verbrätst du unser Metall. Ja, der hält wenigstens auch mal und macht ein bisschen mehr Schaden. Was ist nun so, dass wir daschen können. Was ist denn das für ein Knüppel ist, dass wir es morgen ausschneiden? Schaden. Hauptsammeln. Und jetzt kommt der Trenn. Was ist für ein Knüppel. Ich Penn ihn jetzt ins Café. Guck. So ein Keck. So, dann beiß ich mal in den Viech. Das ist so wie in Minecraft in der Kuchen hier. Alter, so ein riesen Viech macht nicht satt, ja? So, so. Hier ist Wasser drin. So. So. Wie nett. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Tja. Eigentlich haben wir erstmal bereits alles, oder? Oder siehst du irgendwas, was wir nicht haben? Nö. Wir müssen achten. Schmeiß mal Kupfer in die Schmelze. Ja. Den Ofen schmelzt. Alter, da ist ja bei mir der Vogel. Oh. Hallo. Da hält er gar nicht mal auf. Ich glaube ich muss nur einmal rausquitten. Irgendwie kommt ein Sprinter vor mir. Ich würde sowieso sagen wir gehen einfach pennen, oder? Jetzt? Ja. Ja.